Nun folgen die Holstenhallen-Events. Im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals zeigt Martin Grubinger ein Konzert mit den Wilden 80 in der Holstenhalle 1. Konzert Schleswig-Holstein-Musikfestival Eschenbach zum 75. Geburtstag bietet einen Abend mit hochkarätiger Musik am 16. August. Am 20. August findet in der Auktionshalle und den Stallanlagen wieder die Rinderauktion in den Holstenhallen statt. Und Bio plus Bio Leitmesse in Neumünster öffnet am 23. August ihre Tore auf dem Außengelände der Holstenhallen.